Katelyn Ledbetter wurde am 15. Juni 95 geboren. Die Familie lebte in der Nähe von Indianapolis, Indiana, und es hieß, dass es ihr finanziell recht gut ging, zumindest eine Zeit lang. Doch schon bald gab es Probleme und ihre Eltern trennten sich im Jahr 99. Katelyn und ihre Geschwister blieben in der Gegend bei ihrer Mutter, bis es 2013 zu einer Tragödie kam und Katelyns Mutter verstarb. Sie war erst 39 Jahre alt und Katelyn war gerade 18. Kurz darauf zogen Katelyn und ihr jüngerer Bruder nach Overton County, Tennessee, um bei ihrem Vaters Gott zu leben. Katelyn war ein anständiges Mädchen, das nie in wirkliche Schwierigkeiten geriet, keine Erfahrung mit irgendwelchen Substanzen machte und eher für sich blieb. Sie wurde normalerweise als ruhig beschrieben. Im Jahr 2019 lernte Katelyn ihren Freund Dustin kennen und lieben. Sie stand seiner Familie nahe und sie und Dustin hatten eine sehr gute Beziehung. Im Mai 2021 lebte Katelyn immer noch bei ihrem Vater Scott und dessen Lebensgefährtin. Sie war immer noch mit Dustin zusammen und war berufstätig. Sie führte ein ziemlich unauffälliges Leben, wusste aber nicht, dass sich ihr Leben für immer verändern würde. Der Morgen des 2. Mai 2021 begann im Hause Lettberda ziemlich unruhig und zwar aus Gründen, die man nicht genau kennt. Katelyn und die Lebensgefährtin von ihrem Vaters Gott gerieten in einen heftigen Streit. Es gab nie eine Erklärung für diesen Streit. Die beiden am häufigsten genannten Gründe waren, dass sie und ihr Vater verärgert darüber waren, dass Katelyns Freund bei ihnen übernachtet hat. Andere widersprechen dem und sagen, das sei nie ein Thema gewesen. Ein weiterer Grund für den Streit soll etwas mit dem Hund zu tun haben. Katelyn hatte den Hund in ihrem Zimmer und angeblich trat ihr Vaters Gott die Tür auf, was Katelyn in Panik versetzte. Unabhängig von den Gründen wurde behauptet, dass Katelyn um 5.30 Uhr morgens inmitten dieses Streits ihr Schlafzimmerfenster öffnete, hinaussprang und in den Wald lief. Sie trug nur ihren Schlafanzug, war barfuß und nahm keine Gegenstände mit, auch nicht ihr Handy. Sie rannte einfach los. Um 7 Uhr morgens sagte ein Familienmitglied, dass sie eine Textnachricht von ihr erhalten hätten, die jedoch seltsam formuliert war und von der sie sich nicht sicher sein konnten, ob sie überhaupt von Katelyn stammte. Sie begannen zu glauben, dass sie nicht von ihr stammte, weil sie so untypisch geschrieben für sie war. Außerdem hatte Katelyn ja auch angeblich ihr Handy nicht mitgenommen. Diese Textnachricht machte also irgendwie gar keinen Sinn. Als Katelyn später am Nachmittag nicht nach Hause kam, rief Scott ihre Schwester an, um ihr Bescheid zu geben. Diese wollte auch sofort kommen und bei der Suche nach Katelyn helfen, da sie befürchtete, sie könnte sich im Wald verirrt haben oder verletzt sein, aber der Vater sagte ihr, dass sie nicht kommen solle. Sie kam aber trotzdem. Am nächsten Morgen, dem 3. Mai, wachte die Schwester früh auf und weckte ihren Vater. Sie wollte zur Polizeiwache gehen und Katelyn als Vermisst melden. Scott sagte, er sei noch müde und wolle wieder schlafen gehen. Er sagte zu ihr, dass sie in Kürze dann gehen könnten. Es war 9.20 Uhr, als sie beiden die Polizeiwache dann betraten, um Katelyn als Vermisst zu melden. Aber was dann geschah, sollte die Schwester schockieren. Die Polizei sagte ihr, dass sie keine Anzeige aufnehmen würden, da Katelyn schon erwachsen sei und alles tun könne, was sie wolle. Zu diesem Zeitpunkt wurde also keine offizielle Anzeige erstattet. Es waren inzwischen mehr als 24 Stunden vergangen, seit Katelyn das letzte Mal gesehen wurde und abgesehen von dieser seltsamen Textnachricht, hatte auch niemand etwas von Katelyn gehört. Die Menschen, die ihr nahestanden, einschließlich ihres Freundes Dustin und seiner Mutter, gerieten in Panik. Irgendetwas stimmte ganz und gar nicht. Katelyn war verschwunden. An dieser Stelle wird es ein bisschen schwierig. Die Polizei wollte nicht nach ihr suchen, weil sie der Meinung war, dass es keinen Grund dazu gab. Einige von Katelyns Familie kamen, um zu suchen, aber angeblich ging der Vater nur ein einziges Mal hinaus, um zu suchen. Die restliche Zeit war er nicht daran interessiert zu helfen. Ist das verdächtig? Oder glaubte er einfach, seiner 25-jährigen Tochter gehe es gut und sie brauche eine Auszeit? Die Behörden kamen nicht einmal zu Katelyns Haus, in dem sie mit ihrem Vater und dessen Lebensgefährtin wohnte, um nach ihr zu suchen und das eine ganze Woche lang nach Katelyns Verschwinden. In der Zwischenzeit waren ihre Geschwister, Tanten und Freunde sehr besorgt. Als sich ein Familienmitglied meldete und sagte, dass sie um sieben Uhr morgens eine Textnachricht von Katelyn erhalten hatte, obwohl nicht geklärt war, wie sie um sieben Uhr morgens überhaupt ihr Telefon hatte, wenn sie anderthalb Stunden zuvor das Haus ohne Handy verlassen hatte, glaubten die Straferfolgungsbehörden, dass Katelyn nicht im Wald war, da sie dort keinen Handyempfang gehabt hätte. Man hat eine Menge Fragen zu dem Handy und zum jetzigen Zeitpunkt kann sie nicht beantwortet werden. Hatte sie ihr Handy nun dabei oder nicht? Eine Woche nach Katelyns Verschwinden setzte die Polizei Suchhunde auf den Ledbetter-Grundstück ein. Diese Suchhunde verfolgten angeblich Katelyns Fährte vom Haus bis zur Straße, wo die Fährte endete. Es wurde nicht erwähnt, dass die Hunde sie bis in den Wald verfolgt hätten. Die Behörden verfolgten die Spur nicht weiter, da sie davon ausging, dass sie mit jemandem weggefahren war. Diesem Fall und Katelyns Geschichte wurde nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Bis zum August 2021, als es zu einer weiteren Tragödie kam. Im August 2021 erhielt die Feuerwehr einen Anruf, dass ein Haus in Overton County in Flammen stehe. Als sie eintrafen, stand das gesamte Haus in Flammen. Nachdem sie das Feuer gelöscht hatten, stellten sie fest, dass es ein Opfer gab. Crystal Tyson, die Lebensgefährtin und diejenige, die sich am Morgen ihres Verschwindens mit Katelyn gestritten haben soll. Crystal Tyson wurde verstorben im Keller des Hauses aufgefunden. Es wurden nie viele Informationen zu diesem Brand veröffentlicht, auch nicht zur Ursache und warum Crystal nicht in der Lage war, das Haus zu verlassen. Crystal war erst 36 Jahre alt. Das Haus wurde bei dem Feuer völlig zerstört. Der Vater zog danach in eine nahegelegene Stadt. Die 25-jährige Caitlin wurde zuletzt in dem Haus gesehen, in dem sie mit ihrem Vater und dessen Freundin Crystal lebte. Das Haus befand sich in einem ländlichen Teil des nördlichen Zentrums von Tennessee. Die Gegend ist ländlich und das Gelände ist rau, bewaldet, hügelig, mit steilen Hängen. Dies ist kein Gebiet, in dem man wandern oder spazieren gehen sollte, denn selbst die erfahrensten Wanderer haben gesagt, dass dieses Gebiet außergewöhnlich schwierig ist. Die meisten glauben aber auch nicht, dass sie im Wald geblieben ist, selbst wenn Caitlin zunächst in diese Richtung gelaufen ist. Etwa fünf Meilen nördlich befindet sich der 11.000 Hektar große Standing Stone State Park. Es handelt sich um eine ländliche Gegend, die für Camping- und Wasseraktivitäten beliebt ist. Der Park ist wunderschön, ruhig und sehr waldreich. Der Park ist in etwa 20 Minuten zu erreichen. Es ist schwer, das Gebiet zu analysieren, außer zu betonen, dass es außerordentlich ländlich ist und ein sehr schwieriges Gelände zum durchqueren wäre. Das gilt für Caitlin selbst und für jeden, der sich auf die Suche nach ihr macht. Es gibt auch einige kleine Bäche und Teiche in der Gegend, so dass es viele Stellen gibt, an denen jemand sein könnte, ohne dass er gefunden wird. Als ein neuer Sheriff das Amt in Overton County übernahm und einige von Catelyns Freunden und Familie dachten, dass dies eine Gelegenheit sein könnte, ihr Verschwinden endlich ernst zu nehmen, waren sie bestürzt und erschüttert, als sie erfuhren, dass die vorherigen Ermittler alle Beweise in ihrer Akte verloren hatten. Man weiß nicht, welche Beweise das sein könnten, mit Ausnahme des einen Gegenstandes, von dem sie bestätigten, dass er verloren gegangen war und das waren Catelyns Handyaufzeichnungen. Catelyn hat seit ihrem Verschwinden nie auf irgendwelche persönlichen Konten zugegriffen und ihre Sozialversicherungsnummer ist in keiner Datenbank aufgetaucht. Der Vater hat das Verschwinden seiner Tochter weiterhin ignoriert und hat sich inzwischen auch von seinen anderen Kindern entfremdet. Sie haben ihn als gemein bezeichnet und wollen im Moment keine Beziehung zu ihm haben. Warum sollte Catelyn aus dem Fenster springen, anstatt die Tür zu benutzen? Sie war eine 25-jährige junge Frau und aus dem Fenster zu springen schien extrem, es sei denn, sie fühlte sich wirklich bedroht. Warum haben die Strafverfolgungsbehörden dieses Verschwinden nie ernst genommen? Bis zum heutigen Tag haben sie nur wenig über diesen Fall gesagt. Wurde Catelyns Mobiltelefon jemals gefunden? Wurden die Aufzeichnungen von dem Vater oder Crystals mobilen Telefon jemals eingesehen? Wurden der Vater oder Crystal jemals befragt? Wurde die Ursache des Brandes im August 21 jemals untersucht und wenn ja, was wurde dabei rausgefunden? Welche Aussage hat der Vater zu dem Brand gemacht? Er ist als Überlebende aufgeführt, also war er auch zu Hause, als das Feuer ausbrach. Was glaubt ihr, ist mit der 25-jährigen Catelyn passiert?